So Leute, wieder da? Also, ich habe nachgelesen, wie man die Katana bekommt. Die bekommt man, wenn man diese 10 Dinger eingesammelt hat. Diese Herzen da, oder was auch immer das da stellen soll. Die bekommt man dann. Und, wie viel ich weiß, stößt das Spiel an, wenn man sie benutzt. Also, von daher. Was? Oh, oh, oh. 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 So, das war's. Jetzt schnell zum Kloster. Freestyler! What the fuck? Will ja gleich übertreiben, ne? Ähm, Motel. Motel. Schaut, dass er verlassen ist. Warum aber sagt mein Verstand, dass das nicht gerade einladen sieht, es hier nicht ausmacht. Aber daran sollte ich mich mittlerweile gewöhnt sein. Was? Waffenhändler? Was zum? Wie hast du? Am besten du fragst nicht. Komm, lass uns reingehen. Der ist ja geil. Ich mag den von. Ich muss, die Menschen an dem Motel ist etwas vor, ich muss vorsichtig sein. Auch schon bemerkt, okay. Da ist das Damenklo. Schaukel. Yay. Na ja, klar. Hallo? Ich glaube, ich verwende mal Heitrank, weil ich es kann. Tja. SD-Karte. Wow. Mit 3 MP. Mhm. Shop. Shop, man. Shop, man. Wurde, ihr boyen. Jump back anytime. Jump back anytime, mein Schatz. Komm, lass uns flicken den ganzen Tag. Okay. Äh. Klick, klick. Okay, wir müssen nach oben, glaube ich. Oh mein Gott, ich hatte recht. Die Tür klemmt. Danke, wenn ich runterbeite, hat diese... Äh, was? Fragezeichen? Fuck. Äh. Ball? Warte, ich will erst mal zu dir ballen. Fuck. Fuck. Ich will fuck. Ich brauche einen Schlüssel. Wie immer. Ich will ficken. Ich will ficken. Ich will ficken. Hallo? Erschacht für die Wäsche. Hm. Da steckt was in Wäsche. Erschacht drin. Aber ich komme nicht dran. Oh ja, klar. Ja. Ich will ficken. Da na 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 na. Ich will ficken. Na 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 na. Ich will ficken. Na 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 na. Na 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 na. Nur Müll. Nur Müll. Und nur Müll. Oder auch nicht. Nur Müll. Okay. Nur Müll. Ein Müllzimmer. Wie schön. Hier sind die Tuscheln. Waschen. Na ja, wohl klar. Er macht sich langsam über das Spiel lustig. Wie geil. Okay. Da neben kein Fuck. Geh weg. Du hast mich angelogen. Mann. Ich wollte aber ficken. Ficken. Nein, Spaß. Okay. Ähm. Lass mich in Ruhe, du scheiß Ball. Du hast mich angelogen. Und auch Lügen tun weh. Lügen haben kurze Beine. Und da ist Gold. Fürk. Sollte hier noch jemand absteigen können. Ja, eigentlich. Oh, wir haben nur noch wenig Geld. Fällt mir gerade so auf. Und da ist was drin. In der Kiste. Eine Taschenlampe. Wetten. 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 Nein, okay. Keine Taschenlampe. Schade. Hier ist etwas. Holzschlüssel. Nee. Ich weiß jetzt auch, wo wir den verwenden werden. Hehehe. Auf zum Fiekzimmer. Lass mich in Ruhe bei, habe ich gesagt. Lalalalalalalala. Wo war das Fiekzimmer? Das Fiekzimmer. Da. Da war es, glaube ich. Verschlossen war ja wohl klar. Nein, doch nicht. Scheiße. Ach, Mann. Nein, nicht hier. Hier irgendwo war das Fiekzimmer. 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 Hallo, wie bist du? Ich habe keinen Schlüssel für diese Tür. Aha. Nur ein Halterkühlschrank. Oh mein Gott. Pistole munition. Hier ist etwas, wie wir munitionen. Oh, natürlich. Gut. Kostenlose Fiek. Das war der beste Fiek, den ich hier hatte. Wir müssen hier raus und dann nach da und dann hier hin und anders nehmen verschlossen Das war ja so klar Alter Was muss ich denn hier machen? Schön übers Haus laufen Bugs beheben Nein Das soll er nicht Okay Okay Das ist echt nicht was wir hier machen müssen Bis gleich So Leute wieder da Wir suchen jetzt weiter dieses geheime Zimmer weil ich irgendwie nichts finde und ach kommt Nein nach oben Verschlossen Verschlossen Da können wir jetzt recht nicht rein Hier nicht Hier vielleicht Eine Wäschekoppelwäsche Eine Waschmaschine Back Okay Okay Geld Juhu Okay Wir haben nicht viel Geld Das muss ich echt zugeben Irgendwie habe ich das Gefühl dass wir für den End Was viel Geld brauchen werden Weil Um die ganzen Waffen dann so zu kaufen Okay Kurz weg bis gleich So Leute Wieder da Wir gehen jetzt mal raus Weil Ich habe das Gefühl Da ist etwas Weil Man kann da nicht einfach so umsonst raus Ja Ja Ich weiß ja schon Da ist freies Ficken Ja 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 Verarschen kannst du dich selbst Ich war enttäuscht von dir Was du mich verarscht hast Da ist es ja Hier ist etwas Mein altes Buch Wo ist das alte Buch Nur Ach scheiße Haben wir vergessen Scheiße Also ich Nicht hier Also ich Ja Mein altes Buch Die Seiten sind so schmutzig Dass ich kein was lesen kann Es ist aber recht schwer Ähm What the fuck is this Aha Verarscht So Jetzt gehen wir wieder hoch Und clean das Ding Das ist ziemlich schnell Und jetzt habe ich noch Blutverlust Boah Das war knapp So Ähm Jetzt Also Irgendwie haben wir keinen Highlight hier Ne Also kein Heeldingster Monster Hier wischst du was Also ne Hier war es nicht Wo war Wo war nochmal Diese Waschmaschine Der Wäschekorb Scheiß da Hier Ich denke mit dem alten Buch könnte es funktionieren Ist es nach unten gefallen Gut Verpiss dich Freifick Die verletzen meine Gefühle Die machen sich über mich lustig Hier ist etwas Rostiger Schlüssel Gut Ich weiß auch glaube ich Den Wo wir den einsetzen müssen Was war ich Verschlossen Nein Hier war es Nein War das hier Nein Okay Dann war es auf deiner Seite Ups Salam Mein Fehler Juhu Okay Auf zum Freifick Juhu Hier waren wir schon Da War die Tür Glaube ich Nein Ich habe keinen Schlüssel Für diese Tür Welche Tür Das auch immer war Ihr kennt mich Man am Arschleger Okay Vielleicht die Türchen Jo Die Tür Die Tür ist verschlossen Okay Dann müssen wir hier Langen Die Tür ist verschlossen Hier kommen wir wieder hoch Wie sind wir hier Leute Wohl Ein Kloster glaube ich Hab wir sind im Kloster Na super Wir sind jetzt tot Wir sterben jetzt alle Yay Oh mein Gott Hier ist ein Stück Papier Achtet darauf Dass wir nicht bis ins Schloss gelangen Es reicht völlig Wenn er uns Die Arbeit macht Pass hier doch auf Die Bewahrerin Hat sich auf seine Seite geschlagen Die Otis waren eher wohl Nicht mehr genug Tötet alle Die mir im Weg stehen Savl Savl Moment mal Savl Savl Habt ihr Namen irgendwie schon gehört Habt ihr schon vergessen Aber wo Mann Die ist von der anderen Seite verschlossen Weil ja typisch Ist ja typisch Was Bei mir ist so kalt Eine heiße Tasse Kakao wäre echt gut LOL Verdammt du hast hier nichts zu suchen Hä 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 Okay Wir müssen eine Verkleidung finden Soweit ich weiß Habt ihr schon vergessen Wo Ich hab das Spiel schon mal gespielt Aber nur bis zu dem Moment Wo Dings da Ja ihr wischt schon Ich glaube wir müssen den hier verprügeln Oder auch nicht Okay Und diese fang ich hier wieder von vorne Man kann doch so machen Dass man schon in der Kanalisation ist Alter Das ist doch Boah Das ist echt scheiße Das zieht nur das Spiel unnötig raus Ich hoffe das wird in der neuen Version behoben Ja es wird eine neue Version von dem Spiel geben Und ja das werde ich auch lesplayen Weil das Spiel ist eigentlich Eigentlich nur hammer geil gemacht Alter Äh Äh Kurz weg bis gleich So Leute Ich weiß jetzt was wir hier machen müssen Also ich weiß jetzt Also ich wusste schon was wir hier machen müssen Aber ich wusste nicht wo dieser Gegenstand ist Und zwar die Münchskleidung Die holen wir uns erst erstmal Und dann geht's weiter Yeee Und zwar hier Das ist doch perfekt Mit dieser Münchkleidung komme ich sicher Und es kommt noch ohne entdeckt zu werden Yeee Kuttenkleidung Ja das Problem ist wir können jetzt nicht schießen Und soweit ich weiß gibt es einen scheiß Bark Der Ja ihr seht hier gleich Ist verschlossen So Wir fangen mal hier Und hier hin Und da liegt etwas Hier ist etwas Ich kann mein Inventar nicht öffnen Und das ist natürlich scheiße Also das Inventar hätte man wenigstens offen lassen können Also nicht schießen ist ja schon eigentlich logisch Aber Na ja Wie viel Wer hat denn So viel Ja so viel Nämlich geil Ich kann nicht Eischgold Den klauen wir mal Dann können wir uns alles lassen was wir wollen So wir gehen mal nach oben Hier ist Speichern So Hier ist etwas Ach wirklich Verpiss dich da ich will lesen Würdest du das bitte liegen lassen Würdest du das bitte liegen lassen Ja ja Schon klar Ganz ruhig Wir müssen irgendwo den Maria Schlüssel einsetzen Ah da ok Er ist schon lange tot Also dieser Ort sollte sollte ein Ort für die Friedliebenden sein aber in der Nacht da geschah die schrecklichsten Dinge es darf dir nicht erkennen wie all den anderen wie jeden die Frauen in dir kamen denn die Der Körper den du hier siehst gehörte Josef den großen und er wurde getötet um ein Geheimnis zu bewahren Aber hier können wir nicht sprechen Komm später zu mir in den Glockentrum Ich werde dir weiterhelfen Sie lassen mich einfach so gehen Ich will niemanden mehr sterben sehen Und Kind Kinder sind die unschuldigsten Wesen die Gott hier erschuf Mach dir um mich keine Gedanken Suche lieber das Tagebuch von Josef des Großen Es wird Informationen enthalten Die das dunkle Geheimnis des Klusters lüften werden Sonst hätte man sich nicht erledigt Bekomme ich dort auch Anhaltspunkte wie man diesen Ramirez töten kann Ramirez töten Du sollst lieber die Flucht ergreifen Sind sie irre Ich würde meine Tochter nicht bei diesen schlechter lassen Ganz wie sie wollen herkommen Suchen sie nach den Aufzeichnungen im Keller Dort hat Josef die meiste Zeit verbracht Vielleicht hat er ein Mittel gefunden um es zu vernichten Und es dann vielleicht aufgeschrieben Vielleicht Sie machen mir vielleicht Mut Tut mir leid Der Schlüssel zum Keller sollte sich in meiner Schublade befinden Begebe dich später zu mir in den Glockentrum Ich werde dir dann erneut helfen Aber verkleide dich wieder als Mensch zur Sicherheit Bin ich doch schon die ganze Zeit Naja egal Hm Nett Der Typ ist ja mal nett Eine Bemerkung hat er an Boah Das ist Josef der Große Okay Auf den Glocken Du holen So da ist er Ah er kommt nicht einen Moment später Kommen wir direkt zum Thema Wie können sie mir helfen Josef muss alles gewusst haben Und wenn es dafür Einen Anhaltsbuch gibt Dann ist es ein versteckt im Keller Nimm diesen Schlüssel Mit dem kannst du in den Kellerbereich des Klosters aussuchen Keller Schlüssel Oh Kreuz Schlüssel Scheiße Dort ist auch der Altar Dort irgendwo muss sich deine Tochter befinden Und geh Du musst deine Tochter Irgendwie retten Sag ich jetzt mal einfach Weil ich das durchgelissen hab Ich hab so schnell weggeklickt Oh Ich speichere Ich gehe mal abspeichern Gehen wir mal abspeichern Ich speichere ab und wir sehen uns gleich da Bei dem Keller wieder Bis gleich So Leute wieder da Ich bin schon mal ein bisschen in den Keller gegangen Ihr habt nichts verpasst Keine Sorge Er hat nur die Kleidung abgenommen von alleine Da ist ein blauer Links da Wir bräuchten mal eigentlich Heikoffer Weil wir haben kaum welche Aber Hier ist etwas Stromkabel So Wo könnten wir das einsetzen? Ich kann es bei einem kaputten Kabel benutzen Ach ne wirklich Hier ist ein Stück Papier Oho Der große Ramirez gab salvo durch den Befehl Die Schritte des Lieferanten zu beobachten Ich halte es für einen Fehler Jemanden wie ihn zu schicken Er hat einfach nicht die Erfahrung Um so eine wichtige Aufgabe zu erfüllen Savé Savil Ok Ich glaube dieser Savil arbeitet auch für Ramirez Die Tür ist verschlossen Hm Ist das ein extra an der Wand? Ich glaube ich muss hier ein Die Tür ist verschlossen Hä? Was soll ich denn hier machen? Ok Interessant Hier ist ein Stück Papier Hier ist ein Stück Papier Hier ist ein Stück Papier Und wird er auf mich treffen Und bei B Barformet Er wird ein solches Treffen niemals überleben Aber so weit wird es vermutlich nicht kommen Es wird den Eingang vermutlich nie finden Savil Oh mein Gott dieser Savil hat ihn gekillt Oh mein Gott Savil hat ihn gekillt Hallo 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 Oh Nett Das Schublade ist nichts wichtiges Nein Schau hier Das Schublade ist nichts wichtiges Gut Und ich schlafen ähm Wir sehen uns gleich wieder so Leute wieder da Ab hier gehen wir wieder zusammen weiter Ich habe nur den Isolierkabel gefunden, oder was auch immer, wie das auch immer heißt. Oder Satzkabel, sucht euch jetzt aus. Und ja, wir gehen es dann gleich weiter. Ich kann aber nicht abspeichern. Nee. Und er ist tot. Ha 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 ha. Noob. Ah, wir gehen es dann für weiter. Aha. Bis gleich. So Leute, ich habe kurz ein Kis gekauft. Also ihr wisst schon was, Heidtränke sozusagen. Ja, ich sage jetzt einfach Heidtränke, weil ich mir den Namen jetzt nennen will. Ah ja, Erste-Hilfe-Kasten. Ähm, Computer, hier fehlt gut zu wissen. Okay. Die haben meine Tochter, super, super, superior, meine Kleine. Ich werde dich retten, gehen aber erst mal da nachlaufen, kurz da nachlaufen, hier. Hallo, ich habe deine Behindertendinger, nur so nebenbei. Ach egal, nur wenn du nicht willst, von mir aus, Back. So, wie viele Munizeln haben wir hier? 8, 14, 11, 3, 4, okay. Das sollte ausreichen. Ich würde ja den abspeichern. Wow, die sind aber nicht zu jub. Geil, alter. Hallo? Geiles Gefängnis. Hallo? Muss ich wirklich sagen, also wirklich geiles Gefängnis. Die haben echt sich um die Earth-Fahrt gekümmert, muss ich wirklich sagen. Das ist gar nicht so schlecht, außer der Terra, außer der Terra, da wurde etwas stimuliert. Und das sind Granaten. Datenschip. Hier ist jetzt was. MG-Munition, auch so. Ich dachte, Granaten. Okay. Ich auch, natürlich. Jetzt haben wir 5. Ey, lass mal mit der MG schießen, genau. Ich glaube, wir können jetzt zu diesem Computer da gehen. Machen wir auch mal gleich. Okay. DMG ist eine mittelgute Waffe. So. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Okay, die Waffe ist echt Hammer. Die Waffe ist echt Hammer. Okay. Meister Ramirez, es ist soweit. Öffne ein Herz und ungeblick gebe es der Dunkelheit sofort. Nichts da. Hier wird niemand gerabfert. Wenn schon, dann du. Ähm. Ja, Leute. Gut, bis gleich. Ja, Leute. Ich verstehe es jetzt nicht. Achso. Ähm. Ja. Ich muss kurz was nachgucken. Also. Ähm. Ich muss kurz aufschreiben. 300. 400. 300. 500. 300. 300. 300. 300. Das muss an sein. Und hier. 317. 7. 326. Und 321. Das machen wir mal an, weil ich will die mal ausprobieren, einfach so. Das wird jetzt klappen. Und wir gehen jetzt einfach hinter diesen Piestern daher. Okay. Ähm. Irgendwas habe ich hier verpasst. Ähm. Kurz weg bis gleich. Viel Zeit da. Geht's weiter. No. Okay. Okay. Bis gleich. Okay.